Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flingern-Nord. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 67 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 830 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Svensktextning.nu